Ja, wir haben immer so eine kleine Wundertüte, die hier passiert. Was kommt hier gleich um die Ecke? Und während Sie sagen, auch das weiß ja noch längst, was hier in den Reihenfolge, da kann ich Sie wohl drücken, ich weiß das nicht, das ist ja größer, wenn wir die hier sehen, das heißt, wir müssen uns nicht mehr kommen. Hier ist die Bahn. Diese Bahn gab es mal an Sie in sehr großer Stückzahl in der Stadt Berlin. Damals in den 20er Jahren haben sich die Berliner, der hat sich der Berliner, das war dazu entschieden, eine einheitliche Fahrzeugseite zu hoch und hat einen bekannten Berliner die Zeit von der Zoll, also von der Bahn zu entdecken. Und das haben wir auch gemacht an die Stadt Berlin, hat er da auf die 500 Quadratmeter. 500, 7 Wagen und Las Vegas, 500, 3 Wagen und später noch einmal 3 Wagen in der Stadt Berlin, das waren die längeren Empfangsstaaten. Und da nicht eine Türme allein, die diese Wagen produzieren konnte, waren das sehr viele, es war hier unter Leben sehr viele Produzenten Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020